und ich halte immer noch mal aus dem warum bin ich so dumm was soll der scheiß hallo und herzlich willkommen zum nächsten part von pokémon wer dumm war der hat letztes mal nicht bei tralkemi vorbeigeschauen um den letzten paar zu gucken das ist wahr habe ich nicht recht so abonniert ihn und fast keine folgen berg das mädchen das mädchen mädchen und ich gehe zu mädchen das gibt es gibt ein kurven müssen gleich hier sein digga und machen mich fertig so der war ihre gegend hat sieht so eine eine ausforderung von gore iris pp wird von gore iris in den kampf geschickt ich habe gerade pepsi gelesen aber auch egal gesponsert dann auch noch mit merkel ja was machen wir denn am besten merkel kenne ich noch nicht so gut wenn ich hier vollbild mache dann sehe ich nur so also ein teil also unten ist es dann abgehackt ist jetzt nur das ist sehr effektiv ja du musst rechtsklick machen und dann irgendwie auf gesamtbildschirm anzeigen ich glaube so war das auf dem gameboy natürlich ja das sind kompliciert mit dem mit dem ganzen handy zum gameboy hier aber was bedeutet hier auflegen war durch drücken kurs auflegen und bbb ihr gesprächsteilnehmer wurde zurzeit warum hat sich merkel merkel verliebt wir haben hier merkel ist einfach mal ich glaube mit merkel kann ich nichts anfangen leider müssen wir wechseln weißt du drei chemie zu drei chemie weil er auch sehr viel kann drei chemie ist einfach unnütz wie wir einfach ist guckt euch das gleich man kann ja mal probieren ja mal ganz probieren mit drei chemie einmal für eine sekunde das war auch viel auswahl nichts geschieht das ist drei chemie zugabe er will es noch mal sehen das ist ein zuschauer das ist ein zuschauer von drei chemie wir wollen nochmal so ja hier sieht man mal zack zack nichts geschieht ich denke irgendwie das ist nicht sehr viel mach ja komm hol mal google das war ein hater oh man oh fuck oh fuck also google geht ab ja im negativen natürlich google verliert gleich wieder das ist nicht so du musst gleich wieder raus und heilen und heilen ja ja muss ich dann wohl ein griff von google sinkt das gefällt mir nix der soll dann muss ich mal am besten rupen schaden setzen auch wenn es sich wahrscheinlich nicht loben wird dann google mal pp dann google mal pp ja google ist saun verdammt wenn keiner mehr ums ja dann ach komm holen wir trago jan können wir auch nix machen der ist der einzige der uns auch retten kann dann bringt es uns jetzt nicht wenig oh man oh der einzige der was kann irgendwie schlimm ich habe verlor nicht ja dann geheilen und dann macht alchemy als erste stelle und dann wenn ein kampf kommt wechselst du dann zu drago jan dann also so ist die taktik dann kriegt alchemy ein bisschen ep und action und abonnenten und dann entwickelt er sich zu garados ja und irgendwas so nur live for gaming ne ja wenn rago jan und rakemi sich dann so zusammen entwickeln dann und ich halte immer noch mal aus zu sehen warum bin ich so dumm was soll der scheiß so also das nächste pokémon muss einfach mal heißen no life for for me oder so no life for mr the gaytendo ich wollte eigentlich kein bericht haben ne warum kein bericht über merkel das sehe mich kein bisschen was wird merke nicht gefallen wenn sie das hier sieht weil sie guckte unsere videos zumindest meine oh das hat sie auch abonniert was wirklich ja aber ich glaub dich hast ich glaub ich glaub Horst Seehofer hatte ich abonniert aber Merkel ja Merkel kann man weiß nie was Merkel guckt manchmal guckt sie 61 Minuten Sex und manchmal guckt sie aber auch krank ne ja also als sie jetzt die wurden nur 6 kurz ja deutlich öfter ja weiß gar nicht ich glaub Merkel ist schlau oder ja sie weiß wie es geht ach diese Merkel heutzutage schlimm papier taschentücher die neue wm vier taschentücher weil die werden so minder bewertet und wir sind trotzdem weiß das geht nicht diesen weiß und sind in der wahl warum gibt es keine schwarzen küchentücher oder genauso rassistisch sind zwiebeln es gibt weiße zwiebeln und rote zwiebeln aber keine schwarzen das ist schön ein weiterer abonnenten ja tralkämisch nicht abonnenten in diesem display wer da dann macht du wohnen wollen dann schaut überall nur zwielig hier gestalten wo auch über spiegelland ja herzlichen spiegel herr und kippe soll man gerät 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 graf und letztem partner ja das läuft glaube ich doch auch seit 1 gold das ist ein silber aber auf merkel selber bist du krank was jetzt du merkel ein warum bist du für merkel das geht vielleicht die CDU muss ich auch mal ein bisschen ne die reichen ja sonst nichts ja merkel wurde vergiftet das ist so geil merkel wird vergiftet von von ach verdammt jetzt habe ich den namen vergessen von mir fällt ihnen in dem display noch ein jetzt jetzt überlege ich so lange bis der witz einfach mal so lustig wird bis dahin ist es vergessen genau genau merkel merkel wurde vergiftet von sigmar gabriel und sie mal gabriel der spd-chef merkel stirbt da machen wir am besten noch ein bisschen schwächen damit ich dann mit dem nächsten kandidaten ein bisschen mehr glück habe bei der wahl ja merkel stirbt doch das ist ja auch schon egal wir schwächen ist einfach nur noch ja merkel durch die verletzt merkel ist tot da geht die merkel da und da geht die merkel da und da geht die merkel da und da geht ruhig rein ich versuche erst mit den schwächeren zu spielen lass die Finger von der A fang die da ein Vollschöpfer lass die Finger von deinem Gehleil 3KW bekommt ein paar Prozentzahlen bei der bei dem voting der europa europa wahl bei der europa wahl wie ist das eigentliche wm orakel wenn google diesen kampf gewinnt gewinnt portugal die wm gegen deutschland ja sehr das kriegen wir gleich so raketen durchs fenster so was wird zum deutschen oder die gericht sich auf alter erstmal das spiel hier waren so viele explosionen das war mehr als beim 11. september ho 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 heftig und zur information ich mach mich nur darüber lustig ich will es auch nicht sagen weil es wird doch eh wieder nur stress geben wenn mein kommentar ob so hey was hast du gegen die typen die menschen sind dann wirklich gestorben es hat ihm wirklich leid zugefügt ja da hat er sich rechte aber aber wenn amerika selbst so einen anschlag anstiftet das ist dumm ich mache mich da über die regierung lustig und nicht über die menschen tut das ist das will ich dazu sagen das können wir doch los ja und jetzt gleich kommt mit so einem hyperstrahl und so mit thomas müller und heftig kann dann noch hummels retten mario götze er lernt wunderwelle heftig ja das war's portugal gewinnt gegen deutschland tut mir leid leute die drei punkte gehen an portugal so gleich das nächste spiel hast du geheilt jetzt geht's boah wasser hier ist es hoch erstmal ja können wir hier Wasser abzapfen Wasser abzapfen hm hat sehr gut funktioniert ach guck mal oh so quadrate das oh ein starkes pokémon jetzt musst du in 8 gehen also 3g 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 schlichte k ich denke auch ach ich hole einfach mal links tragojan rein ja du kannst einfach fliehen naja google wäre besser weil ja wir müssen ja auch gucken dass tragojan ein paar level bekommen weißt du ja aber google hat ihn locker besiegt ich meine er ist elektro elektro flug ist effektiv ja mit tragojan muss man auch was tun weißt du dann haben wir jetzt was vernachlässigt ja dragojan kann ja zu mcfit gehen dragojan kann zu mcfit gehen da kann er auch was machen ja wenn er diese paar 27 Prozent machen nichts er ist wie die CDU er geht einfach richtig ab hä ich sehe jetzt schon die Daumen runter bei deinem Video weil ich das hier alles sage ja stimmt einmal deutschland gegen portobell dann noch 1.10.20 und jetzt noch die CDU das traut sich wahrscheinlich nur mit meinem Part ja komm holen wir mal google das ist gefährlich wie wir gesehen haben google ist ooooooo also yahoo ist wieder ein pipi komm komm zeig mir mal Donnerwelle guck mal oh ist bereits stimmt ach Mensch ey du das kommt davon wenn man nicht guckt das ist ja das ist nicht gut nicht gut ich wollte doch gar keine Donnerwelle ist paraben bereits ich wollte doch gar keine Donnerwelle soll das scheißen ich weiß nicht er ist doch schon bereits paralysiert ich habe es gemerkt aber ich drehe jetzt mal auf Kampfdrücke kommt keine Donnerwelle das soll das scheiß aber der Zugabe eingesetzt hat ich muss einfach mal durchschillen ja ja ich mache mir jetzt einfach mal so Gamer Musik an und damit der Video gesperrt kann sein dass er gleich nur noch mich hört die 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 ich habe bisher noch nur würde es auch ein Streik kriegen Striegel Striegel Strieg zu leisen oh das war sehr laut zu leisen was zum ja danke ich wollte schon mal taub werden jetzt ganz laut voller Lauter und jetzt kommt die Action hallo heftig das ist eine einzige eine einzige App hi sehr nass 15 Uhr 40 wann das denn wann das denn hallo vor Ort gut ist doch hei 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 ja hei hei na was geht hei 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 da hei hast du schon PkMM hi nö war gestern weg PkM da auch anders hei 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 ja die Storbrot sieht gut aus ja was hat sie denn ihr sagt ähm ich soll mich verpissen und nie wieder nach Deutschland kommen er kommt auch nach Deutschland ja deswegen wach Mensch ey ab nach mir gefützt so so gut trainieren einfach so unseren Bizeps mit dem Rumpsteak und Eiweißpulver und jetzt gestärkt in der Tasche mit Schaumershopping TV 24 und bestellen Mixer ja die ganze Sendung, die finde ich einfach so geil die Reaktion, Leute, also wirklich das ist ein Sonder, das ist ein Ultrapreis ich kann das gar nicht in Worte passen dieses Produkt müssen sie kaufen es weiß, es ist nur eine Tasse aber sehen sie sich doch mal diese diese Form an ja erstmal diese Form es ist dreieckig haben sie schon mal eine dreieckige Tasse gesehen und da noch das was drauf steht hallo da steht ich bin der beste Vater der Welt ich meine haben sie schon mal so ein sowas gelesen ja unglaublich die Rechtschreibung ist dabei nicht zu verachten hier perfekt geschrieben immer groß geschrieben vielleicht ist der am Anfang ein bisschen klein aber kein Problem es kommt aus China alles perfekt sehr wann könnte ich studieren bitte Deutsch ja gut dann ein Ultrapreis Ultrapreis nur 139 Euro ja vor einer Woche kostet es 141 Euro also jetzt bitte zuschlagen kaufen sie jetzt dieses Produkt Oh Trakemi reicht Level 7 mein Abonnent mehr das ist geil kaufen sie jetzt dieses Produkt das ist auch unfassbar du musst jetzt eine Tasse einfügen toll ich muss die ganze Zeit etwas bearbeiten Alter die letzten waren auch schon die Personoren Oh die D&O oder so oh geil Oha jetzt kaufen sie sich dieses Produkt das ist unglaublich unglaublich äh komm hol mal mein Merkel ist einfach mal so ey Merkel Merkel so gerne Shopping TV ja das hat sie gleich auch nur um eins gestellt weil sie das am liebsten an hat wir haben unglaublich viele Zuschauer und die wollen alle diese Trasse aber wir lassen sie jetzt anrufen ja nur 99 Euro pro Minute äh 99 Cent Entschuldigung da habe ich nur vertippt keine Sorge obwohl wir jetzt da lange dauern um dieses Produkt wieder einzustellen also wir haben nur noch eins auf Lager jetzt bestellen sie schon die Verdammt haben dann verkaufen sie es manchmal nur so mit 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 Sex und und zwar da hat sich so eine Frau habe ich als Kind gesehen da hat sich so eine Frau ihre Brüste einmassiert einfach so mitten in der mitten in der Sendung einfach so Entschuldigung so ich meine meine Brust ist ein bisschen trocken ja so dann schmiert sie sich das nur ein so ach Entschuldigung ich wusste nicht dass die Kamera schon läuft ich mache es kurz zu Ende ja aber währenddessen können sie ja da hinkucken und das Produkt bestehen ja weil weil die wenn das Männer zu gucken dann haben wir erstmal so ein Zelt da unten und dann sehen sie den Preis gar nicht mehr rufen dort an wahrscheinlich deswegen haben wir einfach so auf mit so wie er folgt damit oh man weil die einfach zelt sich kriegen wir ja zelt zelt der Weg der Weg ist ja wenn man Boxerschutz an hat und dann einfach da so ein ja so ein kleiner Karl Bornholz entsteht es wächst ja genau wechseln Pflanzen gegen Zombies ein schönes Spiel übrigens ja die zweite Version ist besser ja sie kommen ja als mit danach das ist nicht gut schön nach der Reihe machen merkel wurde Energie abgesaugt Alter krass die Jugend wurde hier abgesaugt ja das ist das doch worüber können wir doch reden über TV-Sendungen ja wie vor allem das ist einfach so geil ich hab mal eine gesehen da haben sie so eine Pfanne vorgestellt eine Pfanne ja und das war so geil das war einfach so ein mit so einem Mexikaner der einfach mal richtig krank im Kopf war und die Moderatorin war richtig schockiert in dem Moment er hat versucht er hat versucht die Pfanne mit einer anderen Pfanne so kaputt zu hauen um zu zeigen wie stabil sie ist und die Moderatorin zu sagen nein nein warte sie was machen sie da das war einfach nicht ich stell mir grad vor ich stell mir grad vor wie so ein Mexikaner wenn der Pfanne aufeinanderpfanne drauf schlägt der Ponger ich kann nicht gleich ein Video zeigen vielleicht gibt's das ja im Internet ey ich will das noch feiern dann pack den Link in die Beschreibung ja 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 oh mein Kopf ne ist gerade Kino exklusiv oh mein oha ein Kampf mein Kampf beintrag geben ist einfach nur da um da zu sein ja so wie lange gehen mein partner ja der ist jetzt 20 30 ist jetzt also nicht 20 30 20 minuten ja es ist gleich gleich an dem gelände ja so ja ich glaube denke hier ist eine gute stelle um eine pause zu machen um dann im nächsten part mehr durch zu starten also den nächsten was findet ihr bei tralkämy ist bescheid wie immer halt ne ja link ist nicht in der beschreibung hier das ist das ist geil ich hab's gefunden ach das gefunden okay dann ist der link vielleicht vielleicht wenn ich nicht vergesse aber das ist doch bestimmt werbung oder sage einfach den titel des videos und soll es ja suchen ja aber das ist auch werbung nicht werbung ist einfach nur fun also ich mach den link einfach in die beschreibung okay ich meine in die beschreibung also ich will sagen das war's für diesen part deswegen schauen wir uns beim nächsten mal ja komm sagt tschüss ja tschüss tschüss